Hallöchen, Puppiochen, Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Command & Conquer in der Remastered Edition. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, wir switchen direkt hier rein. Wir sind glaube ich gut vorm Ende. Wir stellen jetzt Jugoslawien an und gehen Richtung Belgrad. Immer weniger Informationen können sie überlesen. Ihr habt Augen. Eine strategischen Abwehrwaffe der neuesten Generation. Ihr geostationäre Orbit verschafft ihr einen Zielstreufaktor von 8 zu 1. Eine feuchteinflößende Waffe, die stärkste in unserem Arsenal. Ihr Kampf war Lang- und Hartkommander, aber jetzt ist er vielleicht bald vorbei. Wir verlassen uns auf sie. Viel Glück. Das haben wir auch schon gesehen. Das finden wir. So, ich speichere erstmal. Ja. Dann gehen wir mal gucken. Also wir nehmen mal ihn hier. Oh, guck mal, hier haben wir direkt Tiberium. Das ist doch gut. Ah. So gehen wir eben hier erkunden. Und sehen, wo hier etwas ist. Ach. Haste, in Ordnung. in Ordnung bestätigt bestätigt in Ordnung in Ordnung in Ordnung jawohl 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 dann machen wir das Kackwerk hier unten hin Wird gebaut äh jawohl jawohl einheit du bist auch gleich verloren freundchen jawohl konstruktion fertig kann man ruhig mal alle zu eins machen bitte ich habe das Gefühl ich lass mich grad verarschen ja ach Mensch entmarkier doch du Affenarsch jawohl 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 haben wir mehr wir haben Großkraftwerk okay das bauen wir direkt jawohl 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 sehr gut ähm konstruktion fertig naja es hat jetzt zwei so ne Möppel ähm ich überleg grad warte mal warte mal warte mal warte mal ja auf jeden Fall ne Kaserne jawohl drobenpanzer jawohl hä willst dich sie eigentlich verarschen und ich hab ja один fünf Panzer stehen und die kommen mit zwei und machen einfach zwei meiner Fahrzeuge 갑 Ja, wenn ich das erst vom Klammer mache. Junge, Junge, Junge. Naja. Weg mit dir jetzt. Mach doch nicht das Tiberium immer kaputt. Mensch. Der Affen. Wird gebaut. Hier in der Flicklad machen. Jawohl. Er macht das ganze Tiberium weg mit dem Scheiß, ne? Konstruktion fertig. Unsere Basis wird angegriffen. Schon dabei. Jawohl. Ständig. Einheit verlobt. Jawohl. Jawohl. Sag mal, geht es dem gut oder was ist los? Jawohl, sag. Jawohl, sag. Ey. Jawohl, sag. Hör, stell dich. Reicht auf. Jawohl, sag. Hör, stell dich. Jawohl, sag. Was soll ich tun? Jawohl, sag. Ja, für den verantwortlich überhaupt irgendwas. Jawohl, sag. Bestätigt. Bestätigt. Ja, auf ein neues. Schau mal, du siehst den, ne? Ich schnapp ihn dir. Was ist denn so schnell, alter? Der trägt ein fettes Ding auf dem Rücken. Und ist einfach schneller als alle anderen. So ein Schwachsinn, so ja. Jawohl, sag. So langsam ein bisschen. Ja, breche auf. Breche auf. Wird gebaut. Jawohl, sag. Sofort, sag. Ich täte mal am Anfang, ob wir eine bessere Position nehmen sollen. Geht klar, Sir. Ich bin mir auch nicht sicher. Geht klar, Sir. Man sollte wirklich erstmal so eine Map versuchen, ein bisschen aufzudecken. In Ordnung. Schon dabei. Breche auf. In Ordnung. Breche auf. Schon dabei. In Ordnung. Oh ja, oh ja, okay. Wieder tausend Stück, Alter. Jawohl. Ist klar. Ach, ich weiß doch auch nicht. Ehrlich, also. Können wir langsam so ein bisschen verarscht war. Muss ich gestehen. Bestätigt. Breche auf. Breche auf. Jawohl, sag. In Ordnung. Jawohl, sag. Jawohl, sag. Präparatur läuft. Jawohl, sag. Unsere Basis wird angegriffen. Wofür? Erkläre mir. Erkläre mir bitte, wofür du so weit davor musst. Bestätigt. Präparatur läuft. Jawohl, sag. Bestätigt. Ja, da kommt einfach 8000 Stück. Jawohl, sag. Wir brauchen mehr Wachtürme. Wir brauchen mehr Wachtürme. Präparatur läuft. Jawohl, sag. Unsere Basis wird angegriffen. Jawohl, sag. Konstruktion, Faktor. Jawohl, sag. Bestätigt. Die Wachtürme sind gar nicht so schlecht. Ich bin mir am letzten Mal schon aufgefallen. Die machen ordentlich wat. Aber die kosten halt auch, ne? Oh shit. Damit hab ich nicht gerechnet. Mission, Taktik. Einsatz hier nicht möglich. Gut gebaut. Unsere Basis wird angegriffen. Für gab's so Technikermenschen, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Jawohl, sag. So, ich kämpfe mal weiter. Wir sehen uns gleich. Also mir bleibt nur die Option, jetzt hier oben Tiberium zu sammeln. Und ich habe gerade eine Waffenfabrik gebaut. Ich kann Mammutpanzer bauen. Auch geil. Okay, hat sich noch was ergeben. Hier unten ist noch ganz viel Tiberium. Ich bin unter der Basis. So, ich habe jetzt hier ein bisschen Schaden gekriegt, denn ich bin jetzt einmal oben rum. Habe hier geguckt, was er hier hat. Wollte das Ding angreifen, dann ist das aufgebläubt. Er hat hier zwei von diesen fetten Lasern. Hier unten habe ich schon einen Turm plattgekriegt mit den beiden Panzern. Und ja, hier passe ich gerade nur auf. Ich glaube, er hat schon wieder kein Geld mehr, weil ich nämlich zwei von seinen Tiberium-Fuzzis plattgekriegt habe. Habe dafür aber auch einiges eingebüßt, denn ich habe schon drei, vier Panzer jetzt verloren. Er hat immer nur kleine Männchen geschickt, war jetzt nicht die Kunst. Da ist auch wieder ein Männchen von einem Panzer. Dann funke ich mal da rein. Ähm, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich jetzt noch lebe, denn es war gar nicht so einfach zu überleben. Ähm, der steht wie gesagt nur zum Erkunden hier, weil ich nicht weiß, ob ich das dann sehe. Aber eigentlich müsste ich es sehen, wenn hier Bewegung ist. Weil ich habe ja kein Dings mehr, kein, äh, kein Radar. Weil ich gedacht habe, ich spare mir das Geld. Ich habe mir lieber noch ein Tiberium-Dings gebaut. Ich habe hier zwei und hier zwei. Und, aber warte mal, ich muss mal eben entladen. Na ja, Blödsinn. Hier seit Team 3. Und geht hier rein. Und dich opfere ich jetzt mal. Geh mal hier hin. Den habe ich schon markiert mit vier. Und es kommen keine Einheiten mehr. Ich glaube, ich bin relativ safe. Hier oben kann er vielleicht noch sammeln. Das wäre natürlich ein Ding. Hm. Ich wollte jetzt hier mal rein, weil hier habe ich keinen Laser gesehen. Ich habe von hier aus die Wand eingeschossen. Habe wie gesagt den hier platt gemacht. Und jetzt würde ich mal gucken, was wir hier finden. Dann würde ich dich mal... Ne, ich lasse dich da stehen. Falls der kommt, weil dann flüchtet er nämlich mit seinen Dingern. Die sind so langsam, das ist das Problem. So, wir haben jetzt hier vier, fünf Invasoren. Ich baue noch ganz viele Mammutpanzer. Das ist mein Plan. Weil die halten einfach was aus. Und ja, lass uns doch mal einfach... Wenn der da ist, lass uns doch einfach mal rein stürmen. Genug Tiberium hätten wir jetzt noch. Ich speichere einfach jetzt eben. Äh, speichern. Ich bin mir aber 24 Minuten, mein Gott. Okay, ich habe die Hälfte ja gerade mal gesehen, ne? Jawohl, Sir! Ich habe auch tatsächlich einmal noch geladen. Ähm, weil ich bei... Mit einem Angriff von dem Ding hier oben bin ich hier weggeknallt worden. Obstruktionen fertig. Kamen nämlich noch welche von hinten. Und dann war ich vorbei. Jetzt kommen hier immer wieder neue, ne? Das ist natürlich... Jawohl, Sir! Ich habe lieber mehr als zu wenig. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Kommst auch mal hier, mein Italien BMT. Geil wäre, wenn man... Naja, noch einen baue ich nicht. Gut. Jawohl, Sir! 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 In Ordnung! Bestätigt. Jawohl, zahle. Jawohl, zahle. Jawohl, zahle. Und du bist so. Fertig. Bestätigt. Reche auf. Ne, die wollen den haben. Die müssen was drin lassen. Bestätigt. Die kleinen Penner. Reche auf. Könntest du den mal totfahren? In Ordnung. Jawohl, zahle. Jawohl, zahle. Bestätigt. Bestätigt. Reche auf. Jetzt musst du die plattfahren. Ja, Mann. Ja, gut. So. Dann wollen wir doch mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Du darfst runterfahren. Das ist einfach die geilste Taktik, ne? Das einfach, das bleibt und ist und wird auch immer bleiben, die geilste Taktik. Jawohl, zahle. Na, warte mal. Wenn wir die jetzt wieder platt machen, verkauft er die und kriegt Knete. Darf es doch. Schlechtes Taktik. Jawohl, sehr haar. In Ordnung. Begebracht. Verliebt, prayer. Einheit verloren. Bei unseresue Empare. Bauen wir noch eine Werkstatt. Wird gebaut. Wo bin ich eine Einheit verloren? Nee, nicht. Nur hier. Ok. Hast du das Männchen bestimmt, ne? so wir bauen noch mal fünf und da müssen wir gucken ich frage, was kommen wir von hier aus rein, ich verluste mal ich werde nämlich gucken, ob ich von hier aus mit meinem links reinrasen kann kann ich mich nämlich durchsneaken, verstehste so weit wie wir an dem ding vorbeikommen, kommen wir dran vorbei hin, also das macht schon sinn, das zu tun jawohl, zahl, reiche auf verständigt geldmittel unzureichend jawohl, zahl wir schnicken uns dann halt leider vorbei geil wäre wenn ich so ein helikopter hätte, dann würde ich dann so ein, weißt wie ich meine, so ein transporthelikopter, dann würde ich die einfach da oben reinsetzen und dann gucken, was ich da finde jawohl, zahl, ja ja ja, es läuft, es läuft, ihr seht, es läuft So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, die beiden Atomkraftwerke hier zu verkaufen, weil ich die eh nicht brauche. Äh, weiter Knopf. Vielleicht kriege ich ein bisschen Knete. Ja, ein bisschen Lisse. Ja, das ist Team 3, aber in Team 4. Und ich brauche noch mehr Panzer, Junge. Ich baue einfach noch mehr Panzer, ist mir egal. Äh, Team 4, bitte hierhin. Team 3, bitte einladen. Ich hoffe, das klappt. Ich bin gespannt. Wollte ich nicht hier so eine Werkstatt haben? Kann ich die nämlich reparieren hier, versteht ihr? Bauen wir noch Panzer? Ja. Und ich würde sagen, wir bauen noch mehr, ne? Also einfach zack bumm. So, lass mich mal hier in Ruhe sammeln. Bis gleich. So, ich speichere jetzt. Und würde jetzt mal mit meinem VMT hier gucken, was wir finden. Rücken. 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 Okay. Also wenn ich mich hier durchballern könnte, dann geht's mir besser. Oh nein, VMT. Jawohl, Sir. Präparatur läuft. Die Mauern für die interessiert er sich gar nicht, ne? Der könnte mich ja angreifen. Ja, ist dem furcht's egal. Muss ja einfach weiter. Wird gebaut. So, du bist nochmal Team 4 hier. Hallo. Schönen Tag. In Ordnung. Ich versteh nicht, warum die, wenn die voll sind, nicht einfach hier oben hin fahren. Entladen. Waren immer noch alle da unten hin. Doch, weniger weit. Jawohl, Sir. Bestätigt. Okay, wir ballern uns den Weg da einfach durch. Ist mir egal. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Hm. In Ordnung. Einfach weitermachen. Leute, ich sag euch. Computer auf schwer. Ist. Heavy. Ohne Witz. Noch ein Panzer. Schön. Mein neuer Freund. Gesell dich zu unseren anderen Elefanten. Jawohl, Sir. Verständigt. Das sind hier nur Silos, ne? Ich werde ja mal interessieren, was der da noch hat. Das ist hier oben drin. Geldmittel unzureichend. Ja, ist ja hier. Mach in Ruhe. Ja, kein Stress. Könnt ihr mal überlegen, ob ich vielleicht einfach noch zwei baue. Dann geht's noch schneller. Gestoppt. Abgebrochen. Dann baue noch drei. Ist egal. Wir haben, wir haben gerade Geld und wir haben Zeit. Ich speichere nochmal. Was hat der da oben für ein komisches Ding? Ich glaube, den Panzer werde ich jetzt verlieren, weil ich jetzt einfach mal durch war. Was hat der da? Konstruktion fertig. Wird gebaut. Da kommt man auch gar nicht hoch, ne? Den könnten wir nur mit Helikoptern platt machen. Okay, also brauchen wir einen doppelten Heliport. Sonst kriegen wir wieder nicht kaputt. Wir könnten von unten mit Panzern drauf schießen. Das würde auch gehen. Machen wir lieber so. Das war's. Ich dachte immer mehr. Wir gucken hier. Wir gucken hier. Ja egal, verliere ich den. Konstruktion fertig. Okay. Aber weißt du was? Ja, ich spare einfach noch ein bisschen. Ich spare jetzt grad Zeit. Alles gut. So, ich habe mich jetzt dazu entschieden, mir das noch ein bisschen einfach zu machen. Also wir haben jetzt hier voll viele Tiberium Sammler. Na ja, die eiern jetzt hier rum. Manche sind halt dumm wie die hier. Die fahren dann da oben rum. Warum auch immer. Ähm. Ich wollte jetzt eigentlich... Schlau sind die nicht. Warum auch immer die jetzt da oben rum fahren. Jawohl. Er sucht gleich drei Stunden den Eingang. Sehr verständlich. Sehr verständlich. Ich wollte eine Waffen fabrikieren bauen, dann kann ich die da unten verkaufen. Dann habe ich die Panzer immer direkt hier oben. Verstehst du? So. Kann ich die einfach verkaufen. Und kann trotzdem weitermachen. Verstehst du? Da braucht nicht immer so weit fahren. Jawohl. Wäre jetzt mal im Plan gewesen. So. Und jetzt würde ich sagen, einfach rein. Warten jetzt noch hier die ein, zwei Mammuts ab, die da kommen. Da dürfen jetzt hier noch zwei rauskommen. Konstruktion fertig. Dann speichern wir. Jawohl. 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 Ja? Na, selbstverständlich. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Recher auf. Ja? Jawohl, Sir. Ja? Na, selbstverständlich. Jawohl, Sir. So, den einkriegen wir noch. Und dann... Charge. Oh, Tage. Oh, Tage, sag ich nur. So, hier seid jetzt normale Einheiten. Ich stelle euch mal hier an die Seite. Können wir vielleicht ein paar Leben mitrennen. Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Hier oben noch meinen... Jawohl, Sir. Den nehmen wir noch mit hier hin. So. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Ein BMT ist auch ready. Jawohl, Sir. Recher auf. Dann... Alter, ich kann schon wieder einbauen. Jetzt wird es aber langsam bodenlos hier. Jawohl, Sir. Ach, die Wände sind im Weg, ne? Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Und dann kommt es hier in die Klappe. Jawohl, Sir. Und dann kommt es gebaut. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Recher auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. mit dem T-Ready machen Da oben einer Was soll ich euch sagen? Das war's für euch. Mach doch mal die Panzer jetzt hier weg und die Scheiße da. Ich kann jetzt eh nichts mehr bauen, der hat verloren. Mach mein neues Hauptgebäude nicht kaputt, du auf den Arsch. So läuft das nämlich hier. Willkommen in Meckostadt, Junge. Du Lappen. Schön. Ihr dürft euch mal hier drum kümmern. Jawohl, Zahn. Unsere Basis wird angegriffen. Verständig. Jawohl, Zahn. Jawohl, Zahn. Ordnung. Jawohl, Zahn. Jawohl, Zahn. Verständig. Jawohl, Zahn. Jawohl, Zahn. Jawohl, Zahn. Jawohl, Zahn. Jawohl, Zahn. Verklickert. Ich würd sagen, die haben wir gut auseinandergenommen, oder? Jawohl, Zahn. Jawohl, Zahn. warte mal wir können die forschungsanlage nicht einnehmen überlege gerade wir können ja nicht aber was neben helipot bauen mittel unzureichend warum ist jetzt mal ganz geld weg vielleicht können wir die einnehmen bevor wir die jetzt raport machen speichern vielleicht brauchen wir sie ja dass wir weißt du vielleicht können wir doch so ein transport flieger bauen neue bauoptionen konstruktion und den baum also bleibt machen und tschüss das war ein sehr guter sieg die tasten 45 minuten gebraucht nicht schlecht so nächstes gebiet in das wir einwandern können wäre jetzt hier jugoslawien machen wir nicht mehr in dieser folge machen wir in der nächsten vielen dank erstmal fürs zusehen du kannst das ganze lassen bisschen liebe da daumen hoch kommentieren abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten folge von command conquer in der remastered collection ciao